Auf ein neues Wobei ich bin nochmal kurz weg Wobei ich bin nochmal kurz weg So, wo hat es uns dann wieder raus geholt Ja genau, ihr seid super Ich will, ich will, ich will Ich will was, was soll ich denn Warte Ah, hab ich schon Das kann funktionieren, wenn ich gleich mit der Schrotflinte voll in die Fressen schieße Oh, ohne mit der Wimperz Ah Nein Schneller noch Wer wäre es für ein Scheißer, du alte Schabracke? Halt Verpiss die Gut, Hexe feiert Toll Ja, aber Oh, schon wieder Oh, schon wieder Oh, schon wieder Ja, bevor ich mir schon die ganzen Tränke gebraucht habe Oh, schon wieder Oh, schon wieder Ja, noch wieder Ich will nicht hier nun Bauen wir schon Nein, da brauchen wir auch schon Bauen wir auch schon Nein, da brauchen wir auch schon wieder So. Ich würde es nicht mehr mitnehmen. Mhm. Was? Aber das nehmen wir. Was ist denn das? Den Schädel? Den Schlüssel? Okay. Komm doch nicht hin. Ah, ne Münze. Ja, die sammeln wir ja. Hm. Hier ist Schuss. Ich wünsche mir mal einen Blick mehr. Der lege sicher nicht einen Vierschuss. Sie ist oben, geh nicht hoch. Hä? Verarschen. Ich muss auf, ey. Oh. Alter. Alter. Was? So. Na komm runter. Prima. Ja bitte. Sprich mit. Du bist die Knie. Netzer. Ich muss darauf kommen. Was hast du da oben gesagt. Ich bin nochmal verfügt. Janne. Du hast ihn gut und blöse. Ja. Du hast ihn gut und blöse. Wir machen ihn gut. Ich bin noch fügt. Ich habe ihn gut. Die Knie. Ah, ich dachte mir noch nie gut gut auf. Hey, Zauber! Ich will auch aussehen. Das ist widerlich. Was? Da geht auch. Wie? Zum? Gut, keine. Und der Schwachsinnige ist ja auch noch da irgendwo. Ist ja herrlich. Viel cool genug für einen Schwachsinnigen. Damit wäre er nicht drin. Das ist schon. Ich glaube, das ist es. Ja, schön. Können wir aber nicht mitnehmen, oder? Das ist eine mobile Scheiße hier, um die ganze Lüge. Ach, der Schwachsinnige. Und? Hast du ein Serum gefunden? Musst du mich mit deiner Marmonie in verdammten Käfern rumschlagen? Eine Warnung, wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaub, den hab ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Jetzt kann ich hier noch Teile suchen. Wo ist der Schwachsinnige? Das ist genau, der kommt hier noch. Wobei... Vater haben wir, die Mutter haben wir. Das ist der Endgegner. Das ist der Endgegner. Leute. Was für eine kranke Scheiße. Oh mein Gott. Was? Was? Was ist das? Okay. Okay. Ja, verstehe. Jo, jo. Aber es kann ich nicht nennen, wenn das wird es nicht sein. Ja, verstehe. Ja, verstehe. Ich hab doch keine Munition mehr. Wo bist du denn, Granny? Scheiß! Was zum Teufel? Das ist neu. Jo. Ja. No, wer wartet oben auf mich? Wird seine Austerfamilie sein? Ja. 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 Das war's für heute. Hm? Ein vernünftig aussehender Kühlschrankwasser ist hier nur los. Ja, vernünftig ist das auch nicht so besser, sondern rein hier auf den BH umzuschauen. Ja, vernünftig aussehender Kühlschrankwasser. Und? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich wünsche auf jeden Fall was. Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder. Keine Frage. Also Leute, lasst's krachen. Wir sehen uns.